Hallo, ich melde mich aus der Quarantäne in Tirol. Und zwar habe ich gerade versprochen ein Homeworkout-Video zu machen. Ich habe jetzt ein paar Übungen zusammengesucht. Ich möchte leider dazu sagen, ich bin kein Profi. Also bitte viel Kritik oder Verbesserungsvorschläge jederzeit gern. Es ist etwas für Männer und Frauen dabei. Ich werde es aber in zwei Videos aufteilen. Das heißt, da sind jetzt nicht alle Übungen dabei, dass man einfach mal ein bisschen so einen ersten Baustort und werden mir dann noch mehrere einfallen lassen und die werden dann auch wieder in einem Video zusammenschneiden. Der Martin wird dann nochmal speziell für Männerübungen machen und ich glaube, es ist für jeden etwas dabei. Speziell jetzt für die Zeit, wo man daheim sein soll oder im Haus, dass man einfach nicht komplett abbaut und auch nicht die Angst hat, dass man danach einfach unfit wieder zurückkommt. Bis zum nächsten Mal. 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 Also, bitte gern versucht es noch zu machen. Schreibt es gern in die Kommentare. Und ich freue mich schon. Bis dann. Ciao.